Caelterichy, auch Caelterich von Thurnier genannt, war der erste historisch nachweisbare fränkische Kleinkönig bzw. Rex aus dem Geschlecht der Merovinger. Er errichtete in den 460er und 470er Jahren sein Herrschaftsgebiet im Nordosten Galliens, während die weströmische Verwaltungsordnung dort allmählich zusammenbrach. Er legte den Grundstein für den Aufstieg des späteren Frankenreichs unter seinem Sohn und Nachfolger Claude Véchi. Caelterich wurde mit reichen Beigaben in einem Grab in Tournee bestattet, das 1653 entdeckt worden ist. Leben Caelterichs Leben und Herrschaft lassen sich aufgrund der problematischen Quellenlage nur in Grundzügen rekonstruieren. Mehrere Punkte sind unklar oder umstritten, darunter sein angebliches Exil, der rechtliche Rahmen seiner Macht und sein Verhältnis zu den letzten weströmischen Befehlshabern in Gallien. Die politische Situation in Gallien war in den 60er Jahren des 5. Jahrhunderts verworren. Die weströmische Zentralregierung hatte im Verlauf der letzten Jahre die Kontrolle über weite Teile des Reiches verloren und konnte nur noch im Süden Galliens bedingt eingreifen. Das Machtvakuum füllten die Anführer der Föderatie. Im südwestlichen Gallien saßen die Westgoten, im Südosten die Burg unten. Im Norden Galliens, welcher der Kontrolle Westroms immer mehr entglitt, hatte der römische Herrmeister Egidius, nachdem er sich mit der von Rizima geführten weströmischen Regierung in Ravenna überworfen hatte, 462, 63, einen eigenen Herrschaftsbereich im Raum um so Assange etabliert. Im Nordosten Galliens sowie am Rhein weiteten außerdem die Franken ihren Machtbereich aus. Chalterich führte zu diesem Zeitpunkt offenbar Teile der Salfranken, eines fränkischen Verbandes westlich des Rheins, der in der ausgehenden Spätantike als römische Föderatie in Gallien diente. Die Salfranken nutzten den Zusammenbruch der römischen Macht in Gallien aus und expandierten. Mehrere römische Civitatis wurden eingenommen und bildeten fränkische Herrschaftszentren. Chalterich ist als seifränkischer Herrscher erstmals sicher im Jahr 463 belegt. Nach dem erst um 727 entstandenen Liber Historie French Home soll er 24 Jahre geherrscht haben und hätte demnach seit 457, 58. seinen Verband geführt. Doch ist diese Angabe nicht sehr zuverlässig. Er soll der Sohn und Nachfolger Mero Vex gewesen sein, eines fränkischen Anführers in der Gegend der Stadt Tournee, die früh an die Franken gefallen zu sein scheint. Chalterichs Frau Basena war thüringischer Herkunft. Die Erzählungen zu ihrer Ehe mit Chalterich weisen allerdings sagenhafte Züge auf. Mit ihr hatte Chalterich jedenfalls einen Sohn, Klotwig und drei Töchter. Oddo Fleda, Albo Fleda und Lentechelde. Über Chalterichs Leben vor 463 ist faktisch nichts bekannt. In der Freidegar-Chronik findet sich eine kurze Erzählung, wonach er und seine Mutter von Hunden entführt und wieder befreit wurden. Doch ist dies nur wenig glaubhaft. Der Geschichtsschreiber Gregor von Thurs berichtet, Chalterich sei während seiner Herrschaftszeit von den föderierten Franken abgesetzt, später aber wieder eingesetzt worden. Nach Gregors Angaben hat sich dieses Ereignis folgendermaßen abgespielt. Chalterich gab sich der Unzucht hin und missbrauchte Töchter der Franken. Daraufhin wurde er von den Franken entmachtet. Als er erfuhr, dass sie ihm deswegen sogar nach dem Leben trachteten, floh er nach Thüringen. Die Franken erhoben darauf den römischen Herrmeister Egidius zu ihrem Rex. Egidius führte sie acht Jahre lang. Dann wurde Chalterich aus seinem thüringischen Exil zurückgerufen und wieder eingesetzt. Später kam aus Thüringen Basen nahe zu ihm die Gattin des Thüringer Königs, die er dort kennengelernt hatte. Sie verließ ihren Mann, um sich mit Chalterich zu verbinden. Als Begründung bezog sie sich Gregor zufolge auf Chalterichs angeblich besondere Fähigkeiten. Ich kenne deine Tüchtigkeit und weiß, dass du sehr tapfer bist, deshalb bin ich gekommen, bei dir zu wohnen. Denn wisse, hätte ich jenseits des Meeres einen Mann gekannt, der tüchtiger wäre als du, ich würde gewiss danach getrachtet haben, mit ihm zusammen zu wohnen. Die Erzählung Gregors bezüglich Chalterichs Exil zeigt offensichtliche sagenhafte Züge. Doch geht die Forschung oft davon aus, dass sie einen historischen Kern hat, der in Gregors Version allerdings entstellt wurde. Worin dieser besteht, ist umstritten. Es ist wahrscheinlich, dass Basen A. tatsächlich aus Thüringen stammte und vielleicht sogar königlicher Herkunft war. Sie war aber vor ihrer Verbindung mit Chalterich kaum die Ehefrau des Thüringer Königs Besinus gewesen, der um 500 herrschte und mit einer Langobardin namens Menia verheiratet war. Vermutlich liegt bei Gregor schlicht eine Verwechslung vor. Eine zeitweilige Anwesenheit Chalterichs am Thüringer Hof im rechtsrheinischen Raum und somit eine relativ enge Verbindung ist auch ohne eine Verbannung möglich. Problematisch erscheint zudem die Rolle des Römers Egidius als Rex der Franken. Der Vorgang ist verfassungsgeschichtlich von Bedeutung. Es stellt sich die Frage, ob es im 5. Jahrhundert möglich war, dass die Franken ihren Anführer bzw. König in Ausübung eines Widerstandsrechts absetzten, damit auch die Dynastie verließen und sich einer fremdstämmigen Person unterstellten. Die Antwort, die man gibt, hängt unmittelbar davon ab, wie man die Stellung Chalterichs begreift. War er bereits wie die späteren Merovinger ein regelrechter König, der dynastisch legitimiert war, oder lediglich der gewählte Anführer eines Kriegerverbandes? Unter anderem wurden folgende Deutungen vorgeschlagen. Eduard Hubrich und Reinhard Schneider meinten, die Absetzung Schalterichs zeige, dass das Wahlrecht der Freien Franken damals einen höheren Rang hatte als der Anspruch des merovingischen Königsgeschlechts auf die Herrschaft. Die Wahl des Römers zum König sei möglich gewesen, denn auch die Ostgoten hätten noch 540 beabsichtigt, einen Römer, den oströmischen Herrmeister Belisa, zu ihrem Herrscher zu erheben. Somit sei Aegidius tatsächlich Franken König gewesen. Heike Granhek meinte, dass die Franken Schalterichs verabsetzten, aber nicht die Dynastie verließen, sondern sich nur militärisch dem Römer Aegidius unterstellten und in der Zeit bis zu Schalterichs Rückkehr königslos blieben. Immerhin konnten sie nach ihrem Willen einen König absetzen und wieder einsetzen, wobei nur seine Tauglichkeit bzw. Undauglichkeit das Kriterium war. Eugen Ewig hielt die Exilierung Schalterichs für unhistorisch. Er meinte, die Legende knüpfe nur an den Umstand an, dass die Saalfranken als Föderatie zeitweilig dem Oberbefehl des Aegidius unterstanden. Konrad Bund hielt die Absetzung und das Exil des Königs Schalterichs für historisch, meint aber, dass das angegebene Motiv eine legendenhafte Ausschmückung und der tatsächliche Hintergrund politisch war. Gar Halsall nimmt an, der Bericht sei so zu verstehen, dass der Merovinger Schalterich in seiner Funktion als Befehlshaber der weströmischen Truppen in Nordgalien, die zu großen Teilen aus Franken bestanden hätten, zeitweilig durch seinen Rivalen, den Magister Militum Aegidius, verdrängt worden sei. Der Ausdruck Rex bezeichnete in der Völkerwanderungszeit nicht nur einen regelrechten König, sondern auch Militärführer, die von ihren Truppen selbst gewählt worden waren. Es sei also, so Halsall, gar nicht um das Königtum über die Franken, sondern vielmehr um die Kontrolle der verbliebenen kaiserlichen Armee im Raum von So Assange gegangen. Gregor von Thurs, der bereits an die fränkische Monarchie gewöhnt war, habe dies später nicht mehr verstanden und daher das, was seine Quellen berichteten, anachronistisch umgestaltet. Matthias Becher verweist auf das Bündnis zwischen Schalterich und Aegidius, dies oder die Anwesenheit ehemaliger Truppen des Aegidius in Schalterichs. Er sei ein möglicher realer Kern der Geschichte. Ebenso könne Aegidius einige Zeit einen ungewöhnlich starken Einfluss auf die fränkischen Föderaten ausgeübt haben. Verhältnis zu den Gallor-Römern Schalterich fungierte in der Enphase des römischen Galliens anscheinend als Verwalter der römischen Provinz Belgeke. Sekunde, wo er auch militärischer Befehlshaber war. In einem späteren Brief des gallorömischen Bischofs Remigius von Reims an Schalterichs Sohn und Nachfolger Clodwig wird dieser jedenfalls entsprechend angeredet. Im Einzelfall ist aber nicht immer klar, ob Schalterich als römischer Befehlshaber oder als fränkischer Anführer bzw. König agierte, sehr wahrscheinlich verschmolzen beide Rollen zu nehmend. Zumal eine solche Doppelrolle nicht untypisch für die Föderatenführer jener Zeit war. Letztendlich entscheidend waren ohnehin nicht die formalen Befugnisse, sondern die realen Machtverhältnisse und somit Schalterichs militärische Ressourcen. Obwohl Schalterich kein Christ war, deutet der Brief des Remigius auf gute Kontakte zur gallorömischen Führungsschicht und Geistlichkeit in dieser Region hin. In den meisten modernen Darstellungen wird die enge Zusammenarbeit Schalterichs mit den letzten römischen bzw. gallorömischen Befehlshabern in Nordgallien betont. Doch beruht diese Annahme auf einer durchaus anfechtbaren Interpretation der relativ wenigen Quellenzeugnisse. 463 kämpfte Schalterich siegreich gegen die Westgoten bei Orleans. Vielleicht geschah dies unter dem Kommando des Herrmeisters Egidius, allerdings ist es ebenfalls möglich, dass Egidius und Schalterich damals Gegner waren und nicht, wie zumeist vermutet, enge Verbündete. Falls beide doch Gegner oder zumindest Rivalen waren, so ist über das unklar, ob Schalterich Egidius auf eigene Rechnung oder im Namen der weströmischen Regierung bekämpfte. Egidius starb aber bereits 464,65 und in der Folgezeit gewann Chalterich wohl neuen Handlungsspielraum. Wohl im Jahr 469 konnte ein zweiter Vorstoß der Westgoten von römischen Truppen und Franken unter dem Kommando des ansonsten unbekannten Kumis Paulus gestoppt werden. Bei der Entsetzung der Stadt Angers, die von sächsischen Plünderern unter Adovacrius angegriffen wurde, fiel Paulus, Schalterich, konnte anschließend die Stadt einnehmen. Danach griff Paulus, der römische Befehlshaber, mit den Römern und Franken die Goten an und machte reiche Beute. Als aber Adovacrius nach Angers kam, erschien am Tage darauf auch König Schalterich und gewann, nachdem Paulus getötet war, die Stadt. An jenem Tag ging das Kirchenhaus in Flammen auf. Es muss hierbei erneut offen bleiben, ob Schalterich zuvor Paulus unterstellt bzw. verbündet war, was oft angenommen wird, oder ob der Franke auf eigene Rechnung agierte. Die gängige Vorstellung, Schalterich sei ein enger Verbündeter der Gallo-Römer gewesen, beruht vor allem auf der Interpretation. Er habe in der Schlacht von Orleans 463 zusammen mit Egidius gekämpft, was aufgrund unterschiedlicher Quellenaussagen aber nicht eindeutig feststellbar ist. Ebenso ist aufgrund der dünnen Quellenlage das Verhältnis zu dem Sohn des Egidius, Seilgrius, unklar. Möglicherweise hat Schalterich ihn unterstützt. Eventuell bestanden aber auch bereits Spannungen zwischen den Seilfranken und dem gallorömischen Sonderreich. Das Egidius im Raum von So Assange geschaffen hatte und das sich unter Seilgrius bis 486-87 halten konnte. Kurz nach der Schlacht von Angers 469-70 gelang es gallorömischen Truppen, wahrscheinlich im Bündnis mit Schalterich. Jedenfalls aber in Kooperation mit fränkischen Truppen, die Sachsen, die sich an der Leuremündung festgesetzt hatten, zu vertreiben. In der Forschung wird bisweilen versucht. Den Sachsenführer Adovacrius mit dem im Bericht Gregors von Thurs kurz darauf erwähnten Odovacrius in Verbindung zu bringen, was aber umstritten ist. Beide Textstellen bei Gregor beruhen sehr wahrscheinlich auf derselben heute verlorenen Quelle, den sogenannten Analen von Angers. Odovacrius wird meistens mit Odoacker gleichgesetzt, der 476 den letzten weströmischen Kaiser in Italien absetzte und dort bis 493 herrschte. Schalterich schloss jedenfalls mit Odovacrius ein Bündnis gegen Allermannen, die nach Gallien vorgedrungen waren, doch sind keine Details bekannt. Die letzten Jahre Schalterichs Einflussgebiet war nicht allzu ausgedehnt, es beschränkte sich weitgehend auf Nordgallien bis zur Leure. Der Leureraum scheint zumindest bis 470 auch das Gebiet gewesen zu sein, wo Schalterich hauptsächlich operierte. Hauptgrund dürften die weiterhin ausreichenden Ressourcen dieser Region gewesen sein, wo sich auch das Haupteinflussgebiet des Aegidius und später des Seilgrius befand und wo es wiederholt zu Kampfhandlungen gekommen war, wie mit den sächsischen Plünderern unter Odovacrius. Schalterich hat wohl außerdem versucht, im Raum Paris Einfluss zu gewinnen, allerdings hatte er hier letztendlich keinen bleibenden Erfolg. Darauf spielen vermutlich die legendär ausgeschmückten Berichte in der um 520 entstandenen Vita de Genoveva von Paris an. Demnach hat Schalterich Paris zehn Jahre belagert, was wahrscheinlich eine Anspielung auf die legendäre Belagerung Troyes darstellt. Schalterich mag aber im Verlauf seiner Feldzüge im Pariser Becken eine Blockade der Stadt durchgeführt haben. Genoveva scheint mit Schalterich in Kontakt getreten zu sein. Sie konnte vielleicht erfolgreich vermitteln, doch sind keine Details überliefert. Ansonsten wird Schalterich nach 469 70. nicht mehr in den Quellen erwähnt. Es ist anzunehmen, dass er in den 470er Jahren mit der verstärkten und erfolgreichen Expansion der Westgoten unter König Eurich zu kämpfen hatte. In diesem Zusammenhang ist es möglich, Dass Schalterich seine Herrschaft auf den Kernraum von Tournee beschränkte und dieses Gebiet als Rückzugsgebiet nutzte, nachdem er zuvor stets weiter südlich agiert hatte. Schalterich scheint nach 470 nicht mehr im Leueraum aktiv geworden zu sein, zumindest findet sich dazu nichts in den Quellen. Einige Forscher betrachten ihn hingegen bis zu seinem Tod als den wichtigsten Machtfaktor nördlich der Leuere. Schalterich starb 481 halbe. Sein Sohn Clodwig folgte ihm als Rex seiner Armee und als Administrator der Provinz Belzecke Sekunda nach. Eine solche prunkvolle Bestattung hatte nicht zuletzt eine hohe symbolische Bedeutung, sie deutet sowohl auf das Prestige des Toten hin als auch auf die vom Nachfolger betriebene Erinnerungspflege. Clodwig konnte damit symbolisch unterstreichen, dass die Merovinger weiterhin eine wichtige politische Rolle in Gallien spielen wollten und zugleich weiterhin dem Imperium Romanum angehörten. Die späteren Aktionen Clodwigs belegen, dass dieser sehr ambitioniert war. Schalterich stand in seiner Doppelrolle als fränkischer Fürst und römischer Befehlshaber noch voll und ganz in der Tradition der spätrömischen Militäraristokratie Galliens und stützte seine Macht auf die weiterhin arbeitenden Rüstungsbetriebe in seiner Residenztournee. Dort war der Sitz seiner militärischen und zivilen Stadthalterschaft, worauf sich der von Bischof Remigius gebrauchte Begriff Administratio bezieht. Diese Bündelung politischer und militärischer Befugnisse war für einen Föderatenbefehlshaber untypisch und weist auf die durchaus bedeutende Stellung Schalterichs hin. Diese Stellung ist vielleicht von einem römischen Amtsträger formal legitimiert worden. Oft wird vermutet, er habe als römischer Sprengelkommandeur eine höhere Autorität als andere Föderatenführer genossen. Bisweilen wird außerdem angenommen, Schalterich habe sich frühformal dem oströmischen Kaiser in Konstantinopel unterstellt und sei von diesem finanziell unterstützt worden. Die Münzfunde in seinem Grab deuten zumindest auf gewisse Kontakte zum römischen Kaiserhof hin, wenngleich vieles unklar bleibt. Denn das Geld kann auch indirekt an Chalterich geflossen sein und nicht zwingend in Form offizieller oströmischer Hilfszahlungen. Wenn gleich das genaue Verhältnis zwischen Schalterich, Clodwig und Aegidius, Zeigrius offen bleiben muss, ist wohl ein Konkurrenzverhältnis von Franken und Gallorömern im Zerfall in den weströmischen Gallien anzunehmen. In der neueren Forschung ist vermutet worden, dass Aegidius und Schalterich jahrelang Rivalen um die Kontrolle der Überreste der weströmischen Armee in Gallien gewesen seien, in dem sich Schalterich und Clodwig in diesem Konflikt letztlich gegen Aegidius und seinen Sohn Zeigrius durchsetzen konnten, hätten sie die entscheidende Grundlage für den Erfolg der Merovinger gelegt. Schalterich war ein nicht unbedeutender fränkischer Herrkönig, der offenbar gute Beziehungen zur gallorömerischen Elite unterhielt und die unruhige Lage in Gallien zu seinen Gunsten nutzte. Er hat es verstanden, seine eigene Machtposition in Gallien insgesamt zu festigen, besonders nach dem Tod des Aegidius. Auf dieser Grundlage konnte sein Sohn Clodwig aufbauen und das bedeutendste romanisch-germanische Nachfolgereich im Westen schaffen. Das Schilderich Grab Das Grab Schalterichs wurde am 27. Mai 1653 bei Ausschachtungsarbeiten zum Bau eines Hospizes in der Nähe der Kirche St. Preiss in Thuny in den damaligen spanischen Niederlanden von einem Arbeiter entdeckt. Das Grab enthielt prunkvolle Beigaben an Waffen wie Spade, Sachs, Lanze, Franziska und Schildbuckel. Außerdem wertvollen Schmuck wie eine goldene Zwiebelknopfhiebel, einen goldenen Armring sowie mehrere Gold- und Silbermünzen. Die letzten Goldprägungen der Münzen stammen aus der Zeit des oströmischen Kaiserszeno. Der Sparta-Griff Teile des Sachs-Futterals sowie zahlreiche Schnallen und Applikationen waren aus Gold und mit umfangreichen Kloisonne- und Eimandin-Verzierungen. Versehen Angeblich etwa 300 goldene Anhänger in Bienenform sollen zum Besatz eines Brokatmantels gehört haben. Durch einen Siegelring mit einem stilisierten Porträt und der Umschrift C-H-I-L-D-I-R-I-C-I-A-I-R-GIS konnte das Grab eindeutig identifiziert werden. Damit ist Scheil-Therich zugleich der erste historisch absolut gesicherte Merovinger, da seine Vorgänger nur in wenigen erzählenden Quellen belegt sind. Der Arzt und Altertumsforscher Jean-Jacques Chifleth untersuchte und beschrieb mit außergewöhnlicher Sorgfalt die Grabbeigaben, ließ Kupferstiche davon anfertigen und veröffentlichte sie 1655 in seinem Werk Anastasis Childerici i. Frenchorum Regis in lateinischer Sprache. Dabei vertrat Chifleth im Rahmen der damaligen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und dem Haus Habsburg eine prohabsburgische Haltung und bestritt den Anspruch der französischen Könige, Nachkommen der Merovinger zu sein. Der damalige Stadthalter der spanischen Niederlande, Erzherzog Leopold Wilhelm, nahm den Schatz nach seinem Amtsrücktritt nach Wien mit. 1665 ging er als Geschenk an den französischen König Ludwig XIV. nach Paris als Dank für französische Unterstützung gegen die Türken. Dort wurde der Schatz in der königlichen Bibliothek, der späteren französischen Nationalbibliothek, verwahrt. Nach der französischen Revolution zeigte sich Napoleon Bonaparte von dem Schatz so beeindruckt, dass er die Childerich-Bienen als Wappensymbol für den Sieg über die verhasste Bourbonenlilie übernahm. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1831 wurden der Schatz und einige weitere wertvolle Objekte aus der Nationalbibliothek gestohlen. Die Diebe schmolzen einen Teil ihrer Beute ein. Nur ein Bruchteil des Childerich-Schatzes, darunter zwei der Bienen, konnte wiedergefunden werden. Von den vielen Beigaben, die das Grab enthielt, sind heute nur noch wenige Stücke im Original erhalten. Chieflets detaillierte Illustrationen, seine ausführlichen Beschreibungen sowie einige Reproduktionen aus Wien ermöglichen es jedoch, Aussehen und Umfang der Grabbeigaben zu rekonstruieren. Bei neuen Ausgrabungen in den 1980er Jahren wurden weitere Gräber ausgemacht, die zu einem fränkischen Gräberfeld gehören. Ebenso wurden im Abstand von 15 bis 20 Meter zur vermuteten Position des Childerichs Grabsreste mehrerer geopferter Pferde ohne Schirrung gefunden. Sie werden in das späte 5. Jahrhundert datiert und Childerich zugerechnet. Dies wird als Beleg dafür interpretiert, dass Childerich nicht christianisiert war, worauf auch die anderen Grabbeigaben hindeuten. Genauere Aussagen über die Paganer-Religion des Merovingers sind aber kaum möglich. Die Pferdegräber können vielleicht auf Einflüsse aus dem Thüringer Reich hindeuten, bei den Franken waren sie ansonsten unüblich. Das Grab gehört zu einer kleinen Gruppe von reichen Fürstengräbern der Völkerwanderungszeit. Es ist der einzige reiche Grabfund dieser Zeit, der genauer datierbar und außerdem einer historischen Person zuzuordnen ist. Der Siegelring und die römische Amtsbekleidung deuten auf die Intention hin, trotz der barbarischen Bestattungsform einen römischen Charakter zu vermitteln. Die Ausstattung belegt daher die Doppelrolle Childerichs als fränkischer Herrkönig und spätrömischer Befehlshaber. Die Beigaben sollten die Macht und das Prestige des Toten bezeugen und hatten somit eine nicht zu unterschätzende symbolische Bedeutung. Allerdings ist in der neueren Forschung umstritten, ob alle Funde nur Childerichs zuzuordnen sind oder ob es noch weitere Grabgruppen gegeben hat. Ebenso wird die historische Einordnung der Grabfunde diskutiert. Bezieht man die Funde nur auf Childerichs Residenz-Tournee, erscheint er eher als ein begrenzt Agirender. Sie wird das König, andererseits lassen sie sich auch in den historischen Gesamtkontext eines in größerem Rahmen operierenden römischen Befehlshabers einordnen.